Musik Ja, guten Morgen aus Zellerina, hier in der Schweiz, ein Nachbarort von St. Moritz, von dem Skigebiet Corvillia, Marguns. Dort werde ich jetzt gleich mit der Gondel hochfahren ins Skigebiet. Es ist halb acht, um acht Uhr öffnen wir die Anlagen und einen Skitag verbringen, wo ich auch die neue GoPro 11 ausprobieren werde. Am Mittag werde ich dann wechseln auf die St. Moritzer Seite, wo es ein separates Video gibt. Viel Spaß beim Zuschauen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.